Jetzt geht es weiter. Der Hals braucht noch eine Stärkung von unterwegs, nehmen wir nicht davor keinen Angriff. Jetzt hätte er im Schnee jahren gelangt. Der Hals braucht noch eine Stärkung von unterwegs. Ja, zurück. Wilde Gegend hier. Wie heisst das da? Jetzt hat doch der Bauer Hause auf der Aussichtsplattform den Helm vergessen. Und die Motorräder stehen da unten. Benina Pass, Stopp. Der Harley Davidson muss den Tanker und es ist nicht mehr auch sinnbar. Der ist da oben irgendwo oder hinter dem Benina. Kleiso hast du noch hinter dir gehabt, oder? Ja, ja. Du kannst noch mal versuchen den Motorrad anzusehen. Jetzt müssen wir kommen, jetzt kommt der Kahn langsam an. Ja liebe YouTube-Freunde, seht ihr das? Diesel 82 Cent, Benzin 97,8 Cent in Livigno. Echt günstiger! Son-Dei! Hausei! heut schon! Son-Dei! 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 Hen-Dei! Ja du bist du, dein Kind. Ich ruhe dir! Ton-Dei! Ah-Sin! Frösli! Auf dem Tor! Auf dem Tor! Ja, eben. Ich ruhe dich! Halsi, halsi. Halsi, halsi. Halsi, halsi. Halsi, halsi. Halsi, halsi. Was hab ich? Ja, jetzt, in einer Bar in Le Mignore. Salute. 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 Halsi, halsi. 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 Liebe Rüter, Freunde, heute gibt es auch etwas Unerfällliches zu berichten. Nach einem Sturz, kurz vor Linie, musste ein Kollege sein Motorrad abholen lassen. Wird jetzt auch in den Lieferwagen reingepackt. Fussraste, Schalthebel abgerissen. Aber zu Glück ist der sonst nicht schwer verletzt. Ich würde einfach einen fait, hier. Wo ist der Unterkopf? Ich würde einfach mal ein bisschen schraubt. Als ich den Spekern bin, kann das alles ausgedrückt. Pösen clair. Wir müssen die Felgen zu klären. Sie müssen ja einen Cauch und nicht. Schnellen! Wir müssen die Felgen zu klären. Du hast die, die? Okay.